Herzlich Willkommen zurück. Wir hatten wieder mal ein paar technische Probleme. Andi sitzt immer noch neben mir. Hallo. Und wir fahren jetzt in den Schlund des schielenden Dinos und los geht's. Warum fliege ich eigentlich so hoch? Weil du so schwer bist. Aber auch so eine Holzbahn, ne? Wie man die kennt. Oh mein Gott. Schnell durch. Nur du kannst brennen. Ich kann nur schmelzen. Ne, du wirst steinen. Boah, Alter. Das ist in einem Kinderzimmer, Alter. Einfach schnell durch. Da war ein Skelett. Oh Gott. Scheiße. Oh, wir müssen in den Läuferäder. Ja, ich kann nicht gehen, Junge. Müsst ihr die nicht durchfallen? Nein, ich geh, ich geh auf die Streppe. Okay. Hehehe. So kann man, oh, ich hasse diese Fensterkönsten, die gehen so lange. Oh, nein. Der Kraken. Wie geht das? So, links und rechts. Dann R2. Wofür R2? Achso. Nach vorne drücken einfach. Scheiße. Rechts. Nein. Warte, links. Aber wir müssen erstmal abschießen. Nochmal. Und da, er hier. Der Kleine auf der Plattform. Näher ran. Nein, ich fahre. Und der. Näher ran. Nach vorne. Ah, hier. Mine. Lass sie erschießen. Wo ist er? Aber nicht fahren. Nicht, dass er wieder auftaucht, oder? Ja. Ich glaube, wir haben den. Ja. Was ist denn hier? Linkst du eigentlich mit nach rechts und links, oder musst du das nicht machen? Was, bitte? Nach rechts und links mache ich das eigentlich nur? Nein, beide. Warte mal, mach mal nach links. Zu den Bomben. Nach links. Nach links. Weiter. Oh, fast. Da auf die. Nach vorne müssen. Boah, Alter. Action-Feeling. Schießen. Erstmal auch die auf die rechts schießen. Jetzt nach links schießen. Ja, ein bisschen auch lenken, ne? Ja. Ich drücke die ganze Zeit nach vorne und passiert nichts. Wir haben nur noch genug Power. Ja. Ja. Wo ist der Wasser eigentlich? Schade. Schade. Schieß. Boah. Dreh dich um. Ich muss nur den hier. Shit, nach vorne ein bisschen. Jetzt umdrehen. Nach vorne eigentlich. Es werden von Bomben betroffen. Wo jetzt schnell? Da. Okay, nach vorne. Okay, nach vorne. So. Wird langsam kalt, ne? Boah. Da war schon mal Schiffbruch. Da war auch schon mal der oben. Und kommt ein Strom. Rechts. Rechts. Und jetzt geradeaus. Was ist denn da rein? Wir haben ihn schon mal abgewehrt. Das ist eigentlich ein Octopus, ne? Hm? Octopus ist das, ne? Hm? 10 tickets. Knack! Warum haben wir jetzt nicht einfach geschossen? Oh mein Gott. Dreh! Oh, scheiße. Wir müssen eigentlich auf den Tentakel schießen, glaube ich. Der schlägt uns zur Kappe. Ja. Dreh! Nach links! 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 Ab! Schieß, schieß, schieß! Hä? Wo ist denn? Links! Meine rechts! Aber... Hehehehe! Schieß, schieß! Auf den... Auf den... schieß! Wie ist denn der Schiff schaukelt? Wie ist denn der Schiff schaukelt? Alles. Links! Ich weiß nicht, wo du immer hinten drehst. Ich will jetzt rechts kaputt machen. Ist doch scheißegal. Lieber den Kragen. Das hat uns auch gar nicht so viel Schein hinzugefügt. Dachst du. Geht's jetzt hin? Weiß ich doch nicht. Mal richtig Speed aufbauen. Ich hoffe, dass wir das auch überleben können. Das ist so cool. Oh nein. Upschießen. Oh mein Gott. Klant. Heute werde ich nicht schlafen. Ich würde sagen, das ist ein Mädchen. Der Klon da ist ein Mädchen. Wir haben jetzt ein Mädchen. Oh. Entschuldigung. Wer ist? Nein, nein, nein. Sie hat gesagt, schlafen. Ja. Schlafen mit der Mädchen. Wir sind wirklich nicht schlafen. Schlafen. Schlafen mit ihr, richtig? Ich weiß. Nun, alle Besucher müssen sich selbst wertvollen von einem Publikum mit der Mädchen. Schrauben eine Bolle dort. Und benutzen sie um die Bolle. Und dann werden Sie ja, weil wir dann uns selber gemacht haben. Sieht so aus, ob wir zweimal ins Auge machen müssen. Eine Kugel. Okay. Ah. Hä? Was müssen wir machen? Ich glaube, erstmal hier eine Kugel machen. Schieb das mal oder an die andere Seite. Warte mal mal. Hey. Was ist denn da? Was ist denn da? So, erstmal da. Und dann. Ja. Wird's bald. Wird's bald. Wird's bald. Wird's bald. Jetzt müssen wir erstmal. Genau. Andere Seite. Geh ins Loch. Bis drin. Ja. Guess mal. Guck jetzt mal, was da für ein Clown ist. Guck jetzt mal, was da für ein Clown ist. Guck jetzt mal die Kugeln! Okay, dann müssen wir wohl da rum. Oh, scheiße. Geh mal ran. Ich muss nicht schießen, oder was? So. Was machst du? Verfolge mal. Du musst zielen. Auf die Luftballonung musst du nicht schießen. Ja, aber du kannst zielen, nur ich. Nee, du zielst. Eben nicht. Da steht zielen. Ich fahre nur schießen. Okay. Mach. Warte. Mach ab. Ja, ich sag dir schon, wenn du machen willst. Okay, mach. Junge, Junge. Mach. Ja, ich darf auch mal einen Fehler machen. Mach. Reicht da einer? Ne, dreimal. Ja, wie kriege ich den? Mal versuchen, wenn man den ganz hinten. Die sind bestimmt gleich zuwinden. Ja. Schieß. Also, die Höhe kann ich nicht regulieren. Null. Okay. Hä? Versteck, ne? Okay. Du musst bestimmt dazwischen den Gitter noch. Ich muss um die Kurve fliegen. Oder so. So. Oh Scheiße. Na, jetzt bin ich da. Okay. Gott sei Dank. Oh Gott. Warum denn nicht so? Wo ist die Kugel? Soll ich mal? Mhm. So. Oh. 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 Wer balanciert denn? Ich. Ja, also ich bewege nur. Fahr schneller. Ja. Ja. Geht nicht. Du musst balancieren. Ja. 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 Warum kippen wir nach hinten? Ich will nur was gucken mal. Dren die ja. 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 Nur. Ja. guck mal, ihr tauscht die Scheiße. Warte, ich drück erst mal. Du musst auf den anderen oder müssen wir uns die übergeben? Spring rüber, Junge. Ja, ich muss erst mal hier auf die Luftballons. Ja, das wird geil. Scheiße, ey. So ein fettige, ey. Also, jetzt gebe ich sie dir. A3, guck mal. Ich will aber damit rüberschwenken. Da rüber. Warte mal, ich schaff's nicht über die Ballons. Na, dann wirst du hier ein Problem kriegen. Schön aus Fespelatex, Alter. Mit der Kugel? Ja, ich hab die Kugel in der Hand. Wo lang, aber? Einfach rüber, erst mal. Ich kann nicht, kann ich nicht sch... Ist der Rute wieder da, nee, ne? Und das ist der echte Weg. Jetzt hier schön. Reinlegen. Noch nicht loslassen. Es geht schon alleine. Hm? Boah. Ist aber mies. Schluck, du Scheiße. Ich sende meine Schmerzen zu der Queen. Zu der Queen. Wir werden. Danke für deine Hilfe. Ja, danke viel. Lass uns in den Kastel. Lass uns in den Kastel. Lass uns in den Kastel. Lass uns mit dem Ding. Warte ich jetzt mal. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Schneller. Das war der Zirkus. Ja, zufällig reingeschafft. Kein Problem. Oh, hey, oh, the elephants. Gibt's hier noch was? Was ist das? Kann man fährt reiten? Warum nicht? Komm. Wir müssen die heimlich töten. Wow. You and Rose built all of this? We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. Alright, buddy. Let's get you out. Are you serious? Da wieder mich arschig. Ich gucke nur schon mal nach dem Sehen. Hm. Okay, this time I'll aim. Yeah, okay. That makes sense. Bestimmt dann wieder da rein, ey. Man, you have no... Worst luck. Wir müssen euch und dann wieder da finden. Oh, no, 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 no. So, da gibt's was. Wie ein Minispiel. Bist du wohl da oben? Ach. Da sitz ich. Scheiße. Ja, besser als du, würde ich sagen. Nee, lass das. Der fliegt ins andere Klebeding. Das hab ich schon durch. Ja. Is das noch called? Was war's denn noch? Was noch eines? Oh. Wo ist denn Elephant? Hört mal, wir suchen King Elephant. King... Ich glaube, wir müssen es mehr reparieren. Können wir hier zeichnen? Ich glaube, wir suchen ihn. Und es ist schön, das Ding da abreißen. Den Jenga-Turm hinter uns. Richtig so... Chaos machen. Wir haben jetzt hier... So, jetzt dann da ran springen. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, aufmachen. So, zurück, vor, da oben ist die andere ja schon. One more! One more! So, jetzt... So, jetzt...